Dieser Hit hat wirklich alle überrascht. Sogar den Künstler selbst. Bereits 2009 wurde er veröffentlicht zum 40-jährigen Jubiläum der erfolgreichsten Schlagerband aller Zeiten. 13 Jahre später wurde er zu einem viralen Hit. Wir sagen Dankeschön begeisterte überall. Sogar beim legendären Hurricane Festival oder bei Rock am Ring. Und er hat sich mittlerweile schon das zweite Jahr in Folge zum absoluten Phänomen entwickelt. Die eins der Besten für den Überraschungshit des Jahres geht natürlich an Olaf den Flipper. Wir sagen Dankeschön 40 Jahre die Flippers. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die Lieben fest? Es ist schon ziemlich lange, da fing alles einmal an. Keiner ahnte damals, was da für uns begann. Ja, es waren oft wunderschöne Zeiten und so viel Erinnerungen bleiben. Unser Traum wohl Wirklichkeit. Wir sagen Dankeschön 40 Jahre die Flippers. Und dass wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur euch. Wir glauben selber, komm 40 Jahre die Flippers. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die Lieben fest? Weine nicht, kleine Eva, mit dem Lied geht's richtig bloß. Und die rote Sonne, die schien auf Barbados. Wir sagen Dankeschön 40 Jahre die Flippers. Und dass wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur euch. Wir glauben selber, komm 40 Jahre die Flippers. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die Lieben fest? Tausendmal wollen wir noch singen, wetten, dass es wird uns gelingen. Denn für uns zählt doch immer nur Musik, Musik, Musik. Wir sagen Dankeschön 40 Jahre die Flippers. Und dass wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur euch. Wir glauben selber, komm 40 Jahre die Flippers. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die Lieben fest? Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die Lieben fest? Schlager-Champions 2024. Die Eins der Besten für den Überraschungshick des Jahres geht an Olaf den Flipper. Herzlichen Glückwunsch Olaf und mein lieber Freund, das war noch nicht alles. Du wirst jetzt gleich ausflippern. Hör und schau mal. Gold und Platin als Überraschung vom langjährigen Label der Flippers. Gold für die Single, wir sagen Dankeschön. Und Platin für das Album Best Of. Herzlichen Glückwunsch Olaf. Herzlichen Glückwunsch Olaf. Das ist ja der Wahnsinn. Was sagst du dazu? Also das ist ja großartig. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich bin ja sprachlos. Und da kann ich nur sagen, ein herzliches Dankeschön natürlich an meine Kameraden, mit denen ich über 40 Jahren auf der Bühne war. Ein Dankeschön natürlich an meine Familie, an das gesamte Team, die herausragend gearbeitet haben. Und das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, ohne euch, liebe Fans, wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ich sage einfach, ich sage Dankeschön. Und wir sagen Dankeschön für diesen Wahnsinns-Hit. Und weißt du.